Der 36-jährige Shane Fell war gerade vor kurzem von Savannah zurück nach Louisiana gezogen und hatte kein großes Netzwerk an Freunden. Er stand seiner Familie sehr nah und verbrachte auch sehr viel Zeit mit ihnen. Er arbeitete als technischer Redakteur und liebte seinen Job. Am Donnerstagabend, dem 9. Juni 2011, traf sie Shane mit seinem Bruder Bradfell. Die beiden spielten in einem Laden in Louisiana ein paar Stunden lang zusammen Billard und fuhren dann gegen 0.30 Uhr in getrennten Autos los. Als Shane auf dem Heimweg war, verlor er auf einer kurvenreiche Strecke der River Road die Kontrolle über sein Auto, überschlug sich und landete in einem Graben. Ihm gelang es, durch eines der Fenster aus dem Autowrack zu klettern. Als sein Bruder Brad einige Minuten später Shane anrief, um sich zu erkundigen, ob er es sicher nach Hause geschafft hatte, erfuhr er von dem Unfall. Er machte sich auch sofort auf den Weg zur Unfallstelle und traf etwa 20 Minuten nach dem Unfall von Shane ein, konnte aber sein Bruder nicht finden. Einige Polizeibeamte trafen etwa zur gleichen Zeit ein und durchsuchten die Gegend, konnten Shane aber auch nicht finden. Einer seiner Schuhe wurde in der Nähe des Autos im Schlamm gefunden, aber Shane, der war verschwunden. Er reagierte nicht auf Anrufe und er wurde auch nie wieder gesehen. Es war unklar, welche Art von Verletzungen Shane bei diesem Verkehrsunfall erlitten haben könnte. Als er mit Brad am Telefon gesprochen hat, sagte er, dass es ihm gut geht und er klang auch völlig normal. Er wirkte nicht verängstigt. Er wusste, dass er sich auf der River Road befand. Und er machte zu diesem Zeitpunkt einen sehr gefestigten Eindruck. Shane erzählte Brad, dass er versuchen würde, einen Weg vom Unfallort nach Hause zu finden. Aber Brad sagte ihm, dass er nun zur Unfallstelle fahren würde und er ging davon aus, dass Shane auch auf ihn warten würde. Einige Minuten, nachdem Brad mit Shane gesprochen hatte, rief sein Bruder ihn zurück. Brad sagte, er habe bei diesem Anruf ein wenig panisch geklungen, aber er dachte das lege daran, dass er durch den Unfall aufgewühlt war. Shane wollte sich vergewissern, dass Brad auch wirklich auf dem Weg war und Brad versicherte ihm, dass er in Kürze da sein würde. Als Brad an der Stelle ankam, an der Shanes Auto kopfüber im Graben lag, waren bereits mehrere Polizeibeamte und Rettungssanitäter am Ort des Geschehens. Ein Mann, der auf der River Road unterwegs war, entdeckte das ungestürzte Auto und rief den Notruf an. Er sagte der Disponentin, dass sich die Scheibenwischer des Autos bewegten, aber er war sich nicht sicher, ob sich jemand im Fahrzeug befand. Da die Disponentin befürchtete, dass noch jemand im Auto eingeklemmt sein könnte, sagte sie, sie würde die Polizei und den Rettungsdienst zum Unfallort schicken. In den wenigen Minuten, die die Einsatzkräfte benötigten, um dort anzukommen, war Shane verschwunden. Dem Unfallbericht zufolge begannen die Feuerwehrleute und Polizisten um 1.30 Uhr mit der Suche, fanden aber keine Spur von Shane. Die Beamten wurden zu Shanes Haus geschickt, um zu sehen, ob er dorthin gefahren wurde. Nachdem sie ihn in seinem Haus nicht antrafen, ging einer der Beamten zur Notaufnahme des West Jefferson Krankenhauses, um zu sehen, ob Shane dort behandelt wurde. Nachdem die Polizei festgestellt hatte, da Shane nicht im Krankenhaus war, kam sie zu dem Schluss, dass Shane wahrscheinlich getrunken hatte und dann Auto gefahren ist und sich wahrscheinlich irgendwo versteckt hatte, um nicht wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt zu werden. Shanes Familie und Freunde glaubten nicht, dass Shane sich nur von der Polizei versteckte. Sie waren um seine Sicherheit besorgt und verbrachten die nächsten drei Tage damit, die Gegend, um die Stelle, an der sein Auto von der Straße abgekommen war, abzusuchen. In der Hoffnung, einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort zu finden. Die Familie suchte in den Gräben, im Schlamm, auf den Wanderwegen, den Bahngleisen und auch in verlassenen Lagerhäusern. Sie haben nichts gefunden. Die Polizei durchsuchte auch das Waldgebiet in der Nähe der Stelle, an der Shanes Auto zu Bruch ging und suchte den nahegelegenen Deich des Mississippi ab. Die Polizei sagte Reportern, dass die Ermittler nicht glauben, dass Shanes Verschwinden auf ein Verbrechen zurückzuführen ist. Sie wiesen darauf hin, dass Shane seinem Bruder gesagt habe, er wolle versuchen, eine Mitfahrgelegenheit nach Hause zu finden. Die Ermittler glaubten, dass er freiwillig weggegangen sei und wieder auftauchen würde, wenn er bereit dazu ist. Die Angehörigen von Shane waren sich sicher, dass er sie kontaktiert hätte, wenn er dazu in der Lage gewesen wäre. Sie gingen davon aus, dass er entweder Opfer eines Verbrechens wurde oder in einen weiteren Unfall verwickelt war, nachdem er den ersten Unfall hatte. Auch war es nicht klar, welche Art von Verletzungen er sich zugezogen haben könnte, als er sich mit seinem Auto überschlagen hatte. Obwohl er seinem Bruder sagte, dass es ihm gut ginge, war es möglich, dass er schwere Verletzungen erlitten hatte, die nicht ohne weiteres erkennbar waren. Die Polizei stellte fest, dass Shane zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angeschnallt war und dass sich sein Auto mindestens einmal überschlagen hatte. Es war sehr gut möglich, dass er eine Kopfverletzung erlitten hatte. Seine Familie befürchtete, dass Shane entweder in den Fluss gefallen und verletzt war, um wieder herauszukommen, oder von jemandem aufgegriffen wurde, der ihm dann etwas antat. Es war völlig untypisch für ihn, dass er sich tagelang nicht bei ihnen meldete. Er liebte auch seine Arbeit und war nicht der Typ, der ohne vorherigen Anruf von der Arbeit einfach fernbleibt. Am 14. Juni 2011 durchkämmten Suchhunde das Gebiet rund um die Unfallstelle. Allerdings hatte es geregnet und das Gras in der Gegend war nach dem Unfall gemäht worden, was die Arbeit der Suchhunde erschwerte. Sie konnten nicht feststellen, in welche Richtung Shane gegangen war, nachdem er aus seinem Auto geklettert war. Hubschrauber suchten das Gebiet von oben ab, blieben aber ebenfalls ohne Ergebnis. Am Freitag, dem 17. Juni 2011, hielten Shanes Freunde und Familie eine Mahnwache bei Kerzensschein an der Unfallstelle ab, um auf Shanes Verschwinden aufmerksam zu machen und für seine sichere Rückkehr zu beten. Sein Bruder Brad, der sich von seiner Arbeit beurlauben ließ, um sich ganz auf die Suche nach Shane konzentrieren zu können, sagte gegenüber Reportern folgendes. Ich würde alles geben, um meinen Bruder zu finden. Ohne ihn ist mein Leben nicht dasselbe und es wird auch nie wieder dasselbe sein. In der Nacht vor der Mahnwache verbrachten Freunde einige Zeit auf der Straße, auf der sich der Unfall genau eine Woche zuvor ereignet hatte. Sie zählten, wie viele Autos zu dieser Stunde vorbeifuhren und stellten fest, dass so viel Verkehr auf der Straße herrschte, dass jemand Shane gesehen haben musste, als er von seinem zerstörten Auto wegging. Sie waren sich sicher, dass jemand in der Gegend Informationen darüber hatte, was mit Shane geschehen war und sie baten diese Person, sich zu melden. Sein Bruder gab zu, dass er Angst hatte, dass die Menschen seinen Bruder vergessen würden. Die Familienmitglieder arbeiteten mit Mitgliedern von einer Suchtruppe zusammen, um die Gegend, in der Shane zuletzt gesehen wurde, erneut zu durchsuchen. Der Gründer dieser Suchtruppe sagte, dass der Fall einer der verwirrendsten sei, die er je gesehen habe. Er glaubte nicht, dass Shane in den Fluss gestürzt war und hoffte, dass eine weitere Suche in dem Gebiet Hinweise auf den Verbleib des Vermissten liefern könnte. Drei Wochen nach Shanes Verschwinden sammelte seine Familie Geld, um eine Plakatwand an der Autobahn anbringen zu lassen. Sie hofften, dass die Plakatwand, auf der ein Bild von Shane und Informationen über seinen Fall zu sehen waren, den Ermittlern neue Hinweise liefern würde. Die Polizei untersuchte das Verschwinden weiter, aber die Ermittler gaben zu, dass sie alle Spuren ausgeschöpft hatten und immer noch nicht wussten, was mit Shane geschehen war, nachdem er den Unfall hatte. Er war einfach verschwunden. Aus Wochen wurden Monate und Shanes Schicksal blieb ein Rätsel. Obwohl seine Angehörigen alles taten, um seinen Namen in der Öffentlichkeit zu halten, drohte der Fall im September 2011 kalt zu werden. Shanes Spur endete an der Unfallstelle. Sein Mobiltelefon wurde nicht mehr benutzt, seit er mit seinem Bruder gesprochen hatte. Und auch seine Bankkonten und Kreditkarten blieben unangetastet. Shanes Familie verteilte weiterhin Vermisstenblätter in der ganzen Gegend und erhielt mehrere Hinweise von Personen, die glaubten, Shane gesehen zu haben. Die Zeugen sagten, dass er obdachlos zu sein schien und möglicherweise eine Kopfverletzung hatte. Zuletzt wurde er in der Nähe des West Bank Express Ray gesehen. Die Hinweise gaben der Familie Hoffnung, dass Shane am Leben war und sie kündigten an, dass sie eine Belohnung von 10.000 Dollar für Hinweise aussetzen würde, die zur Rettung von Shane führen. Doch die Monate vergingen und es war klar, dass der Fall in Stocken geraten war. Als sich der erste Jahrestag von Shanes Verschwinden näherte, wusste seine Familie kaum mehr als in der Nacht seines Verschwindens. Es gab immer noch keine Sachdienchen in den Informationen über Shanes Verbleib. Nach Angaben der Familie hätten sie auch seit Monaten nichts mehr von den Ermittlern gehört, aber sie beteten weiter, dass sie bald Antworten erhalten würden. Brett sagte, sie wollten vor allem einen Schlussstrich ziehen. Er hofft, dass Shane da draußen ist, aber er denkt, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte und dass es ziemlich schnell ging. Vielleicht wollte er weggehen und ist auf die Straße gelaufen und jemand hat ihn angefahren oder so etwas in der Art. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens besaß Shane immer noch einen Führerschein aus Georgia, da er gerade erst zurück nach Louisiana gezogen war und seine Adresse bei der Zulassungsstelle auch noch nicht geändert hatte. Einige seiner Freunde wiesen darauf hin, dass er die Gegend per Anhalter verlassen haben könnte und schließlich nach Georgia zurückkehrte. Wenn er eine Kopfverletzung erlitten hatte, wäre es möglich, dass er unter Gedächtnisverlust litt und dachte, er wohne immer noch in Savannah. Die Nachforschungen dort erbrachten jedoch keine Hinweise auf den Vermissten. Im Laufe der Jahre hat Shanes Familie die Suche nach ihm fortgesetzt. Seine Mutter ist davon überzeugt, dass ihr Sohn noch am Leben ist, aber dass er sich nicht erinnern kann, wer er ist. Es gab mehrere Berichte über Sichtungen von Shane in verschiedenen Obdachlosenlagern, aber bis heute hat sich nichts davon bestätigt. Leider scheinen die Ermittler nicht mehr aktiv nach Shane zu suchen. Heute ist er immer noch als vermisst gemeldet. Aber der Fall ist seit mehr als zehn Jahren ungeklärt.